Ich hoffe nur diesmal ist alles mit der Audiospur in Ordnung, weil dann weiß ich nicht, das nochmal ein drittes Mal zu machen, oh weh, oh weh, oh weh, muss dann sein, aber das ist ein bisschen, es ist wohl schon ein bisschen nervig, dass das leider, aber da kann das Spiel ja hier nichts für, sondern das ist irgendwo bei mir ein Fehler gewesen. Und das Spiel macht ja auch Spaß und die Mission hat auch trotzdem noch Spaß gemacht, aber es macht glaube ich dann doch mehr Spaß, das nochmal nachzuspielen, wenn man die Chance hat, als wenn man jetzt nur das Videomaterial sich anschaut und dann nochmal drüber zu schwätzen, das braucht dann irgendwie, das ist dann irgendwie ein anderes Gefühl, ist bestimmt auch ganz entspannt, aber ich spiele dann lieber in der Zeit tatsächlich das lieber nochmal nach. Aber wie gesagt, geht ja nicht bei allen Spielen, aber solange es geht, mache ich das glaube ich und dann sind wir jetzt auch gleich auf den nächsten, ich glaube wir sind sogar schneller als das letzte Mal, ich glaube wir sind flotter gewesen, weil ich hätte auch schon wusste, was ich machen muss. Besser gespielt habe ich jetzt die Mission nicht, anscheinend, ich versuche das genauso schlecht zu halten wie es, nein tue ich eigentlich nicht, aber ist tatsächlich so geschehen. Ich weiß gar nicht, doch, in der anderen Mission war ich ein bisschen besser mit den totgeglaubten Leben länger oder sowas. Aber ich glaube bei der jetzt hier nicht so unbedingt, die Missionszeit ja gut, da muss man halt noch so ein bisschen mehr durchhuschen, aber ich meine so schnell müssen wir das ja jetzt auch nicht machen und weil ich es schon gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ihr das dann schon so gesehen habt oder so gemacht habt und dann muss ich mich ja nicht hetzen, ich hetze mich ja sonst auch nicht. Wenn ich Spiele spiele, mache ich ja nie, ich mache das ja immer ganz gechillt eigentlich, aber wo gechillt, wir werden jetzt eh gleich ein bisschen chillen, ich weiß dann auch schon mal wie das Yoga funktioniert, das ist glaube ich auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube, da werden wir sogar, glaube ich, ganz gut abschneiden bei Yoga, ich meine, da war die Aufgabe nicht ganz so schwer. Und dann können wir jetzt auch, so, dann können wir dann jetzt auch ein bisschen uns entspannen. Ist ganz chillig eigentlich mit dem Yoga. Und wir sind auch gleich daheim. So, nochmal ein bisschen, äh, kühles, äh, Wasser, äh, bei den heißen Tagen jetzt hier hinterlassen. Äh, Gefechtspistole gibt's jetzt, ähm, mit Schalldämpfer und sowas, das ist, äh, auch ganz schön. Und Scharfschützengewehr, okay. Ich bin zu Hause, Schatz. Hm, kann ich die Mission gar nicht, muss ich hier hinten starten, oder was? Aber auch alles erst am nächsten Tag. Ich bin zu Hause, Schatz. Was ist falsch mit dir, Schatz? In meinem Haus? You know, ever since that psychotic Palavir's turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still, that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you lowlife, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said, whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. A girl with anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you could make me as happy and mellow as my wife, it would be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now, here is good. We have the sun and the Murebunda. The Asshole. Now we begin to put the Asshole to the air. Yes? We begin each sequence. Let's see. Let's see. Or Mountain Paws. Un, deux, trois. Mouth and Enos are perfectly in line. Show him Amanda. Un, deux, trois. So, ich muss jetzt die Tasten drücken, wie sie da angezeigt werden. So, und runter, und atmen. Oh, wow. Du fühlst das? Die Emotionen da drin? Lass es gehen! Michael, wir sind mit uns. Ich weiß nicht, ob man da wirklich weinen muss, aber naja... Und ausatmen. Alter... Ich kann nicht atmen, wenn es nicht da steht! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Kinder. Keine Angst. Wir sind die Nichts. Wir sind die Nichts. Show uns, Amanda. Ich glaube nicht, Michael ist auf das. Er kann dich überraschen. Plank. Plank. Chaturang. 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 Schön. Ich weiß nicht. 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 Das ist die wichtigste Sache, oder? Ja? 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 Wir sind näherlich da, Michael. Komm schon. Probe, dass du nicht so schrecklich bist, wie du siehst. Geh in den Luft und die Räume. Durch die Hände. Das ist, was ich überrascht hatte. Kannst du nicht, wie blockiert er ist? Spannung ist fast das wichtigste Sache, nicht? Spannung bitte, Michael. Sehr gut. Jetzt lass es gehen. Als wir uns kennengelernt, war er eigentlich limpier. Deine Läume? Sie funktionieren, ja? Fabians Körper mit deinem Bankkonto wäre der perfekte Mann. Geh in den Luft und raus. Geh durch die schrecklichen Lippen. Deine Aura ist einfach wie... Wow! Spannung ist fast die wichtigste Sache, nicht? Nicht schlecht! Spannung bitte, Michael. So, ich glaube jetzt haben wir's. Just exhale, Michael. Ha! Du hast heute eine lange Zeit gekommen, Michael. Ja, später werden Sie wie ein Baby grünen. Ja, genau. Seine Chakras sind komplett blockiert. Geh nicht mehr über ihn. Show mir das schreckliche Lippen. Ich bin froh, dass wir mit deinem Impotenziert haben, Michael. Was hast du gesagt? Deine Energien sexuellen wurden blockiert für sehr lange. Geh in meine Hände. Geh. Geh. Ja, da geht's. Oh! 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 Was? Enough von das! Ah! Yoga ist die Antwort, Michael. Aber was ist die Frage? Ah, warum bin ich so ein moron? Wir sind weg und wir sind nie wieder zurück. Gut. Du bist allein, du pathetischen Psychopath! Ah, verdammt dich! Und das... ...bundig... ...frische... ... verdammt Yogi! Gah! Gah! Oh weh, ey. Alter, jetzt hat er... äh... äh... das... ging aber wirklich nicht. Was, bevor er sie angepackt hat. Das geht wirklich nicht. Das... äh... das... äh... das... äh... das... äh... das... äh... da kann er aber sich äh... äh... Alter, der... ... groß an, dass ich in den Pool gefallen bin, auszusehen. Du weißt, was? Wenn es ein Rape-Button gäbe, würde ich dich jetzt benutzen. Unfalls... du bist ein Faggot und du möchtest diese Art... ... und dann... ... ich... Lecker TV. Did ich für das? Ja, du gässt die andere, irgendwie? All right, komm man... ...wollen wir gehen auf einen Fall! Ich muss einen Freund treffen! Okay, so ich gehe mit ihm kennenzulernen. Komm schon, ich muss raus Komm schon! Das ist fucking B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Gefängnis, deine online Freunde zu verletzen, ist Scheiße! Sie sind nicht meine Freunde! Sie sind die einzige Leute, die du mit sprichst! Wo ist dein Freund? Burger Shot? Scheiße, macht einen Witz, weißt du... Die Maske wird verletzen, das Monster wurde verletzt! Was hast du zu sagen? Die realen Sie! Das blöde, verletzige altes Mann! Du sprichst du bist ein Vater, aber du möchtest mich, nicht du? Ich liebe dich, Jim! Wie viele Male... Ich liebe dich! Schau... Du musst wirklich treffen, meine Freundin? Ja, ich wirklich mache. Dann bitte nicht wunderschön! Für einmal in dein Leben, nicht wunderschön! Da ist er! Der Wunderschöne 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 Wunderschöne! Yo! Oh Mann! Was geht's? Was geht's, Mann? Good to see you! Was, du schaffst dich, um zu bezahlen? Hey! Wer ist dein altes Mann? Das ist mein Vater. Oh! All right! Mr. DeSanto! Ja, du bist der Junge, der Jimmy Platt bei der Pound? Jimmy, Mann! Ihr Vater ist lustig, Mann! Komm mal, mach das und wir gehen! Oh! Ja, du hast das andere Ding? Oh, ja, ja, ja! Come on, Mann! What the fuck? Jimmy! Just, just hold on a second! Oh! All right! All right! Later on! Hey, let's bounce! Bounce! We're bouncing! Is that what we're doing? Let's fucking messen! All righty, then! Now what? Can we just get back to the house, please? Kehr zurück zu Michaels Haus! So! Jetzt haben wir mit unserem Sohnemann ein bisschen Pott gekauft. Das ist schön! Willst du trinken? I'm driving. Because normally you're such a between the white line, and sprint to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Gut, dass wir keine Scheiben mehr haben, so können wir jetzt sehen, wie Michael trinkt und es irgendwie wieder gibt. Oh, weh! Did you anesthetize me? You're fucking shit! I'm protecting you. From yourself. Also, I took money from your bank account, and I'm moving out. Well, all right? You're too crazy, Dad! Goodbye! Jimmy! Stella! You're too crazy, Dad! ��요 stamp1er animator. Oh! Ich bedanke mich, egal ist, wie es sich hier verbreitet ist. Aber ich bin囚at, aber mir macht's nicht so sicher. Also, ich würde Hacken sehen, dass ich Sie nicht mehr so richtig nachschauen. Ich glaube, wir haben hier einen Ballland und ich bin nicht mehr verbreitet. Ich bin klar, wir werden hier noch in die St describen. Wir werden hier noch mal in die Strecke. Oh Gott, ich bin nicht mehr gekommen, ich bin nicht mehr so gut. Alien sind für Toren und wir sind jetzt aus dem Raumschiff weggefallen. Und ich... Das ist das so arschig von unserem Sohn. Wie kann der sowas machen? Ganz ehrlich. Das ist doch voll gemein, ey. Und was für ein Trip sind, oder? Sick ist cool. Alter. Die ist echt cool. Alter, ich hoffe, ich muss mir darüber jetzt keine Sorgen machen, aber das ist mir dann egal. Ja, die ist so cool, die Musik. Du bist nichts, aber ein murdering, cheating, hypocrisier! Ja, und wir erinnern uns an das, was uns vorgerufen wurde. Hui, ich kann fliegen! Yay, niemand kann mir was! Ich bin der König der Welt! Ich will da hinten hin zur Titanic! Aber nein, die geht hier unter. Nein, dann, 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 dann gehen wir ins Stadion und schauen uns irgendein schönes Baseballspiel an. Ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme. Ich versuch's mal. Na, komm! Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ja, wir kommen da noch hin. Wir kommen zum Stadion. Das ist doch das Stadion, oder? Ich weiß noch nicht, ob das... Nee, das ist die Halle da, wo Fame or Shame war, oder? Du hast wieder meine Serenity-Date verurteilt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das hier überhaupt ist. So. Oh, wir werden gleich landen, wir werden gleich landen, wir werden gleich landen. Komm, wir versuchen, auf dem Dach zu landen. Alter, es ist uns schlecht gewesen jetzt. Hey, du kleine Scheiße. Oh, die ganze Familie ist doch echt gegen uns. Das kann doch nicht sein, ey. Ich bin nicht mehr Schuhe. Krass. Hallo! Hey! Ist da... Ich bin nach Hause. Ist jemand hier? Tracy? Trace. Tracys Sachen sind weg. Äh, ich komme nicht mehr aus Tracys Zimmer. Die Tür ist zu. Weiß gar nicht, was das ist. Jimmy's Zimmer. Jimmy? Hier sind auch die Schubladen ausgeräumt und alles. Fernseher ist weg, Pizzaschachtel ist da. Die Konsole ist, glaube ich, auch weg. Lani? Oh, da steht was. Thank you very much. Ne, fuck you very much. Aha. Alter, alter. Sie hatte mit Lippenstift... Mann. Fuck you very much. Hm. Kann man eigentlich da rein? Ne, das ist wahrscheinlich auch noch ein Badezimmer oder sowas. Alter. Amanda. Ne, das war Tracys Zimmer. Äh, ich glaube, wir können... Äh, runter. Ich bin zurück! Michael. Ich glaube, du hast endlich verloren, dein Geist. Deine Verhältnisse und die Firma, du hast mich schon sehr interessiert. Jetzt hast du zu attackieren, mein Fabian. Der war ein nahes Freund. Und dann, Jimmy sagte, du hast Drogen gemacht, während du ihn in dein Auto gehst. Ich habe mich entschieden, um ein paar Jahre altz. Ich habe mich entschieden, um ein paar Jahre altz. Du hast mich geändert, und du hast nicht geändert. Ich weiß, du sagst, ich habe immer in einem Film. Aber das ist nicht das. Ich glaube, ich werde ein Verhältnis sprechen. Ich bin einfach wirklich verletzt. Bitte, nicht versuchen, uns zu kontaktieren und versuchen, nicht zu werden, sich zu verletzt. Amanda. Fuck! 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 Bestanden! Yoga beruhigt. Ja, Yoga beruhigt in dem Fall, dass Amanda weg ist. Äh, Tochter weg ist, Sohn weg ist, Frau weg ist, Hund weg ist, alle weg sind. Missionszeit war kacke. Kriege haben wir geschafft, Reieck haben wir geschafft, Sondernbeter habe ich verkackt diesmal. Ja, naja. Tja, jetzt sind wir an genau der Stelle, wo ich die Aufnahme dann auch beendet hatte. Yoga ist nun verfügbar bei diesem Zeichen. Und wir werden dann das nächste Mal weitermachen mit Trevor und werden dann hier die Randale machen. Äh, das mit diesem Bureau of Investigations Typen da und, ähm, Trevors Mission machen. Und dann werden wir mit Lester, äh, werden wir mit Lester, mit Franklin zu Lester gehen und auch die andere Mission machen von dem Polizisten. Und, äh, ich glaube, in der Reihenfolge werde ich es machen. Ich beende jetzt hier die Folge, werde aber noch einmal jens flott speichern. Hoffe, dass alles geklappt hat, wie es geklappt hat. Wir machen schnell speichern und, äh, wir sehen uns dann hoffentlich wieder bei einer neuen Folge von GTA 5. Macht's gut, Leute, bis dahin. Tschüss!